Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallihallo. Noch eine Woche bis Episode 9. Wie geht's dir denn? Ach ja, ich weiß nicht. So gehypt bin ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich habe Angst. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, was ich erwarten soll, weil einerseits mag ich, was J.J. Abrams mit seinen Enden gemacht hat und mich können alle totschlagen. Ich mag das Lost-Ende. Andererseits weiß ich nicht, wie gut er jetzt ein Ende in die Skywalker, wie nennt man eine Neuntologie, reinbringen wird. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, wie man eine, was ist denn das lateinische Wort, verdammt nochmal, hast du Groß-Latin gemacht, fällt dir das lateinische Wort für 9 Grad nicht ein. Ist aber auch egal. Ich bin ja jemand, im Gegensatz zu dir, ich schäre mich ja fast nicht um Spoiler und stehe auf Gerüchte, also lese ich die ganze Scheiße auch immer. Und ich mache mir meine eigenen Gedanken so. Eine hatte ich ja bei Twitter geschrieben, Execute Order 66 und 67 und dann sagt Palpatine und dann werden Sternzerstörer, weil bei J.J. Abrams immer Raumschiffe aus dem Wasser kommen, aus dem Wasser kommen. Oder in dem Fall aus dieser Eiswelt oder was auch immer das ist. So wird das sein. Ich habe keinen Bogen um irgendwelche Gerüchte gemacht und ich bin wirklich gespannt. Ich habe Angst. Ich sage es ehrlich, ich habe Angst. Und ich habe auf der Comic-Con mit zwei, drei anderen Podcast-Betreibern gesprochen, die auch ähnlich wie ich sich um Gerüchte nicht so viel geben. Also die, die halt einfach lesen und denen das egal ist. Und die haben auch Angst. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wann wirst du ihn sehen? Am Mittwochabend? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch keine Karte geholt, weil ja dieses kleine Ding, wie das so ein Kind bei uns ist, dazwischen funken kann. Und ich weiß noch nicht, ob ich alleine reingehen werde oder mit meiner Frau. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich will zeitnah reingehen, aber ich habe keinen Plan, was dann zeitnah heißen oder bedeuten mag. Gut, in dem Fall werden wir das spoilerfreie Review erstmal ohne dich machen. Aber wie ihr das von uns gewohnt seid, haben wir ja unseren Jahresende-Abschluss-Kneipen-Talk. Und da werden wir dann natürlich fast schon traditionell den aktuellen Star-Wars-Film besprechen. Shit, das ist ja wirklich nur noch eine Woche hin. Naja. Ja, ja, die Zeit, die rennt und verfliegt im Fluge, wenn man Spaß hat. Wir sind aber... Übrigens, im Gegensatz zu dir habe ich es jetzt so gelassen, dass ich nach dem finalen Trailer, also der irgendwie, wann war der? Anfang November rausgekommen ist, Ende Oktober, habe ich mir nichts mehr reingezogen. Keine Spoiler, keine Artikel mehr dazu, keine irgendwelchen TV-Clips, die rausgekommen sind. Ich lasse mich überraschen. Ja, dann schnell kann es geschehen und dann werden wir gleich wissen, was wäre dein Preis gewesen. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen, bevor wir heute in die Folge 3 und 4 von Mandalorian einsteigen. Wem das nämlich hier gefällt, was wir von uns geben. Und wenn es euch nicht gefällt, bleibt, wo der Pfeffer wächst. Aber wenn euch das gefällt, was wir hier von uns geben, dann könnt ihr uns live sehen am 8.2. in Düsseldorf. Am 8.2. 2020 in Düsseldorf ist ein Samstag. Da werden wir am Samstagabend eine Live-Show machen. Nerdizismus live on stage. Infos dazu gibt es auf nerdizismus.de slash the live show. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen diesmal aber wirklich dann auch das Programm mal online stellen, was wir denn da so vorhaben. Und wer bis dahin nicht warten kann, der kann noch viel, viel mehr von uns hören. Denn wir haben auf der German Comic Con in Dortmund ein paar sehr interessante Leute getroffen, wo unter anderem auch eine Star Wars Person zwischen war, die in Star Wars drin war und doch nicht drin war. Und da haben wir ganz viele Interviews mit denen geführt. Und um die Zeit, die Weihnachtszeit so ein bisschen zu überbrücken, werden die jetzt in den nächsten Wochen einfach mal bei uns nach und nach online gehen. Und wir freuen uns natürlich nicht nur, dass ihr zahlreich bei der Live-Show dabei seid, sondern wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere anderen Shows hört. Und Michael, du weißt, dass wir jetzt eine neue Kontaktmöglichkeit haben. Neben denen, die du sonst üblicherweise aufzählst, musst du jetzt noch eine Telefonnummer lernen. Okay, dann probieren wir es mal. Also, wer uns hören will, geht sowieso auf nerdizismus.de. Da gibt es einen Abonnieren-Button, da gibt es die Links zu Spotify und iTunes, wenn ihr nicht sowieso da schon seid. Da gibt es die Links zu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns Mail schreiben, wie immer an infoatnerdizismus.de. Und ganz neu, brand new, könnt ihr uns nämlich auch WhatsApp-Nachrichten und was war das andere? Telegram schicken, ne? Ganz genau. Bei Telegram findet ihr uns unter unserem Handle Nerdizismus. Einfach danach suchen, dann könnt ihr uns da schreiben. Und eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht oder eine SMS könnt ihr uns schicken an die 015259647709. Ich wiederhole nochmal 015259647709. Da freuen wir uns, wenn ihr mit uns direkt in Kontakt dreht. Aber Vorsicht, wir könnten eure Meinung in einem der nächsten Podcasts vielleicht rezitieren, vorlesen, verwenden oder diskutieren. Wir hätten uns irgendwie dann eine etwas leichtere Nummer aussuchen sollen. Aber warte mal ab, bis wann wir uns die gemerkt haben. Hast du die jetzt aus dem Kopf gesagt? Nein, ich habe mir den Tweet rausgesucht. Nein, ich kann die auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir bei einem 9-Euro-Billow-Prepaid-Vertrag die Nummer hätte irgendwie zusammenstellen können, damit sie etwas leichter wäre. Ja, nun gut. Alles gut. Die Leute werden sich schon aufschreiben, wenn sie das Bedürfnis haben, uns zu schreiben. Es wird auch auf der Webseite stehen, wenn sich sogar schon das tut. Ja, steigen wir mal ein in die Folgenbesprechung von The Mandalorian, Chapter 3 und Chapter 4, The Sin und Sanctuary. Im Gegensatz zu unseren anderen Serienbesprechungen gibt es von diesen Folgen jetzt keine dezidierten Recap, weil auch das hat sich in diesen beiden Folgen nicht geändert. Der Plot ist und bleibt sehr simpel. Ja, wir haben hier im Prinzip ein Western und in den Western passiert Action und Einstellungen, wo Leute laufen und sich ansehen. Und genau das passiert hier auch. Worum geht es in der dritten Folge? Ganz kurz. Tja, wir haben es schon vermutet. Der Mandalorian bringt Baby Yoda zurück zu Werner Herzog, um sich dann nach Abholen seiner Beute und Schmieden einer jetzt ganz schicken neuen Beskar-Rüstung. Wobei, erst gesehen, es reicht noch nicht für alles. Ist immer noch nicht komplett. Was muss denn jetzt, ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so aufgefallen, fehlen die Beine? Ein Oberschenkelstück auf jeden Fall noch. Ich glaube, der rechte oder linke Oberschenkel ist noch eine alte Platte. Mehr ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Also ob es jetzt mit Schienenbeinen oder Schuhen ist oder so, das habe ich nicht gesehen. Aber eine Oberschenkelplatte fehlt auf jeden Fall noch, hat also nicht für alles gereicht. Ja und kaum hat er die neue Rüstung, sagt er sich, ach, holen wir doch wieder Baby Yoda zurück. Und damit nimmt eigentlich praktisch in der dritten Folge dann endlich das durchaus absehbare Unglück seinen Lauf. Und jetzt ist er auf der Flucht. Ja und vorher schießt er sich noch ein bisschen durch. Und das sah also für Serienverhältnisse echt nett aus. Und man hat jetzt mal wirklich einmal richtig fette Star Wars Action in der Serie bekommen. Man hat nicht nur fette Star Wars Action bekommen, man hat richtig fette Mandalorianer Action bekommen. Das stimmt. In der Art haben wir es noch nicht gesehen im Live-Action, ne? Nein, im Live-Action absolut noch nicht. Also das hatte ja, so hast du die Mandalorianer bisher immer nur bei Clone Wars gesehen. Aber bei Animationen, ja, kostet auch Arbeit, kostet auch Geld, aber ist halt doch was anderes als ein praktischer Effekt. Oder eine fotorealistische Darstellung eines fliegenden Mandalorianers. Und da hat man also wirklich sich nicht lumpen lassen und hat schon den zweiten großen Shootout in dieser Serie fabriziert, der auch wieder natürlich einen Western-Trope nach dem anderen bedient und natürlich auch voller Easter Eggs ist. Die ganze Folge ist also wirklich voller Easter Eggs. Sind dir ein paar aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass er unglaublich viel seinen Flammenwerfer benutzt, was ich schön finde, weil das haben wir bisher auch noch in der Form auch noch nicht gesehen, ne? Boah, das ist schön, dass du das ansprichst und weißt, was mir auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, dass Stormtrooper-Rüstungen einfach nichts aushalten. Also gar nichts. Die halten nichts aus. Also allein in dieser Folge wird bewiesen, dass man einen Stormtrooper mit einem Schuss erschießen kann. Man kann ihn mit einer Vibro-Klinge erstechen und man kann ihn mit einem Flammenwerfer grillen. Was soll diese Rüstung, bitteschön? Also es war ja immer schon irgendwo ein bisschen, ja, also das ist... Du, das sind alles verkappte Cosplayer. Das ist alles auf Plastik. Dramatisch. Also wenn es jemals einen Beweis für Style over Substance brauchte, dann imperiales Waffendesign. Aber ansonsten, ja, wir haben ein paar coole Mandalorian-Versionen bekommen, ne? Vor allen Dingen diesen fetten da, diesen mit der großen Waffe, der war ganz nett. Der blaue Mandalorian, dessen Name ist übrigens Pess Wissler, der hat keinen Voice-Credit. Jetzt muss man aber wissen, dass es einen ebenfalls blauen, also nicht betrunken, sondern nur von der Farbe her blauen, Mandalorianer namens Wissler in Clone Wars gab. Und der wurde gesprochen von Jon Favreau selber. Okay. Und da es hier keinen Voice-Credit für diesen Charakter gab, bei IMDb zumindest nicht, und die Stimme jetzt auch durchaus etwas kräftiger klang, habe ich so ein bisschen die Vermutung, das könnte vielleicht Jon Favreau gewesen sein. Die Farbe blau steht übrigens, das habe ich nachgeschlagen, für Verlässlichkeit. Okay. Verlässlichkeit. Also in der Farbenlehre, oder was meinst du? Genau, in der Farbenlehre der Mandalorianer steht blau für verlässlich. Naja. Und grün, also ein Boba-Fett-Helm für Pflichtbewusstsein. Und der goldene Helm der Schmiedetante steht für Rache. Soll keiner sagen, dass die Leute sich nicht Gedanken machen dahinter. Ich glaube, da fließen schon, vor allen Dingen in diese Serie werden wahrscheinlich richtig viele Gedanken reinfließen, um ganz viel Fanservice und Anleihen zu alten Produkten da mit reinzubringen. Sie haben sogar ein ganz altes Produkt mit reingebracht, nämlich die berühmte Eismaschine aus Empire Strikes Back. Ja, 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 die Eismaschine, die jetzt als Tresor genutzt wird. Jetzt weiß man offiziell, wofür es genutzt wird. Für alle, die jetzt sich fragen, was Eismaschine? Es gibt eine Szene bei Empire Strikes Back, wenn Bespin evakuiert wird. Und dann laufen ja alle wild durcheinander und die Extras laufen und die Statisten laufen halt dann da auch durcheinander. Und dann sieht man für einen kurzen Moment einen Statisten, wie er ein weißes Gerät unterm Arm trägt und damit davonläuft. Und das war halt eindeutig eine Eismaschine. Und inzwischen ist es also so ein Running Gag, dass laut Wikipedia dieser eigentlich namenlose Statist jetzt sogar einen Rollenname hat. Das ist Will Roy Hood. So heißt also der Rollenname. Und es gab auf der letzten Star Wars Celebration sogar einen Will Roy Hood Flashmob. Da sind also irgendwie so 150, 200 Cosplayer als Will Roy Hood mit Eismaschine verkleidet über die Konnen gelaufen. Sehr gut. Ja gut, aber damals hat man einfach das genommen, was da war. Und wenn es irgendwie ein bisschen Sci-Fi mäßig aussah, dann hat es schon reingepasst. Absolut, absolut. Mir wäre das nie aufgefallen, wenn ich das nicht im Zuge dessen gelesen hätte. Weil ich glaube, in den 80ern, 83 waren jetzt Eismaschinen in Deutschland jetzt nicht so verbreitet. Und dann hätte es ja auch noch dieses Modell sein müssen. Jetzt würde mich mal ehrlich gesagt interessieren, wann Fans das so aufgefallen ist. Weil so in den 80ern waren so VHS-Rekorder und sowas, VHS-Kassetten ja noch nicht unbedingt üblich. Sind die dann in 1000 Reruns reingegangen? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, dass wenn du das Gerät kennst, fällt sie sofort auf. Ich sag dir was, welchen Alltagsgegenstand oder es gibt zwei Alltagsgegenstände, die ich in Episode 1 sofort erkannt habe. Okay. Und zwar, das eine ist ein bisschen tricky, weil das musste man als Kind als Spielzeug gehabt haben. Ich hatte als Kind so ein Wurf- und Fangspielset. Das musst du dir vorstellen, wie so ein, es gibt so eine Sportart, die wird in Florida und Kuba gerne gespielt, wo man so eine lange, katapultartige Verlängerung an seinem Arm hat. Kennst du das? Und dann so einen Ball an eine Wand schleudert, wie so eine Schaufel hat man dann am Arm und dann hat man so einen Ball drin und schlägt den an eine Wand. Das hast du schon mal gesehen. Hab ich schon mal gesehen. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie es heißt. Und das gab es so in der Kinderversion halt mit wesentlich kürzer und einem Schaumstoffball. Und das ist aber so charakteristisch designt, das hatte ich halt als Kind. Und das hängt silberangesprüht bei Klein Anakin im Kinderzimmer. Und wenn du das halt kennst, siehst du das sofort. Und das Zweite, das habe ich jetzt auch nicht sofort erkannt, weil ich das persönlich selber nicht benutze, aber das Funkgerät, in das Qui-Gong Jin spricht auf Tatooine, ist auch nichts anderes als ein Gold-Silber-angesprühter Venus-Lady-Shave. Ja, ja, gut. Wieso nicht? Es funktioniert. Von daher sind sie also in guter Tradition der Eismaschine einfach. Und man muss es halt nur Silber ansprühen und dann passt es halt auch. Du hast vorhin gesagt, wir haben den Western. Und die Western-Klischees, die werden ja wirklich durchgezogen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben viele Western geguckt hast und ob dir das eigentlich alles so auffällt. Ja, sagen wir mal so, Western waren dann eher nach meiner Zeit. Also das ist auch nie ein Genre, wo ich sehr tief reingekommen bin. Aber ein paar Sachen fallen einem natürlich auf, gerade wenn man, keine Ahnung, ein paar Klassiker gesehen hat. Dieses ganze Shootout mit sich auf dem Wagen verstecken und sich selber opfern. Dass der am Ende in der Mitte steht, ihn alle beschießen. Und dann kommt natürlich die Rettung aus dem Off heraus und solche Sachen. Das fällt mir schon auf, aber ich könnte es jetzt keinem Film zuordnen. Ja, also ein weiteres Movie-Trope aus dem Western ist zum Beispiel auch, dass Carl Weathers, also Reef, die Rolle, die von Carl Weathers gespielt wird, wie der ja am Ende überlebt. Weil der Blasterschuss ja geblockt wird von, was war es diesmal? Ich weiß, ich habe es schon wieder vergessen. Äh, ach, dieser Perk. Ja, genau. Genau, dieser Perk, dieser Fahndungsperk, den er da hat. Und das ist natürlich auch ein Klassiker aus Western, wo der Held vermeintlich erschossen wird. Und dann, jetzt kannst du aufzählen. Entweder er hat eine Metallplatte, wie in der Dollar-Triologie unter seinem Poncho. Oder es ist eine Bibel, ganz genau. Es ist eine Uhr oder eine Zigarettenschachtel, eine Zigarettenbox oder, oder, oder. Also Helden haben gerne mal am rechten Fleck dann etwas Stecken in der Jacke, dass eine Kugel dann abhalten kann. Was übrigens mit einer Bibel ziemlich gut funktioniert bei einem kleinklar-liebrigen Revolver. Aber alles andere, und die Metallplatte würde auch noch funktionieren, aber alles andere funktioniert nicht. Mythbusters sei Dank, die haben das nämlich auch mal getestet. Wollte ich gerade mal sagen, da hast du auch bestimmt bei Mythbusters gesehen. Ja, die haben mal, die haben mal, es gibt auch, es gibt es nicht nur von Mythbusters, sondern es gibt es auch noch von diversen anderen. Einfach mal bei YouTube schauen, Old Gun, Old Cold, Will It Kill You oder so irgendwie was bei YouTube mal schauen, findet man genug. Ich liebe die Breaking Bad-Episode. Was haben sie denn da gemacht? Ja, ob man zum Beispiel in der Badewanne Leute auflösen kann und sowas. Oder dieses, er erinnert sich an die Szene, wo Walter White in der ersten Staffel das auf den Boden schmeißt, was nicht Crystal Mask, sondern irgendwas anderes ist. Und dann Riesenexplosionen, das haben sie auch versucht nachzustellen, sowas in der Art. Also die ist jetzt völlig ab vom Thema, aber die Episode Mythbusters zu Breaking Bad ist wirklich spannend. Okay, findet man bestimmt auch in den einschlägigen Kanälen. Ja, einfach bei YouTube suchen. Ja, also Ende Folge 3. Jetzt ist er auf der Flucht, unser Mandalorianer, das Baby im Schlepptau und alle Kopfgeldjäger der Galaxis sind mehr oder weniger hinter ihm her. An der Stelle darf man, glaube ich, nicht fragen, wie dieses Tracking-System funktioniert. Ja, das habe ich mich echt auch schon gefragt. Also entweder es muss irgendein Bio-DNA-Tracking sein, womit die gefunden werden, weil anders kann ich es mir jetzt schon nicht vorstellen. Der wäre ja nicht so doof, die ganze Zeit rumzurennen und einen Sender an sich zu haben. Eben, also es muss irgendwie sowas sein und dann trackt das auch über Sonnensysteme hinweg. Okay, wir haben in diesem Welt jetzt auch Hyperspace-Tracking, don't ask. Ja, ganz ehrlich gesagt, das ist eigentlich eine der Sachen, die mich richtig stören an dieser Serie. Der ist doch so ein Profi. Wieso, er ahnt ja nicht, dass er jetzt auch getrackt wird. Er muss doch die Tracking-Methode kennen. Und da kann er sich doch nicht einfach auf dem Planeten niederlassen und denken, oh ja, jetzt ist alles gut. Er hat ja das Baby-Yoda-Ding auch gefunden. Richtig, das ist ganz ehrlich im Moment wirklich so ein Plothole, da falle ich auch durchaus rein. Ja, eins habe ich noch, einen Hinweis aus der Folge 3 habe ich noch. Wir sind nämlich in der Rückblende, sehen wir noch ein bisschen wieder von seiner Jugend. Stimmt, richtig. Ja, und da sehen wir zum Beispiel die Super-Battle-Droiden aus den Clone Wars wieder. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Die haben ja diese roten Roben da an, ne? Ja. Und weißt du, wer auch eine rote Robe trägt zu einem ganz besonderen Tag? Die Knights of Ren? Nee, Wookies am Live-Day. Okay. Also ich fände es ja, und weil John Favreau doch so ein Fable für dieses Star Wars Live-Day-Special hat, dieses Holiday-Christmas-Special, könnte ich mir vorstellen, dass die am Live-Day überfallen werden von der Druidenarmee. Aber es ist reint, vielleicht ist es auch die traditionelle Kleidung. Ja, aber da hast du recht. Ja, ich weiß es auch nicht, aber das könnte ich mir vorstellen. Aber da hast du recht, das ist natürlich nochmal so eine Geschichte, dass man, ich glaube, dass das so stückchenhaft zusammengesteppt wird. Ach, laut Wikipedia spielt diese Serie übrigens neun Jahre nach der Schlacht von Endor. Neun Jahre. Wir hatten das in der letzten Folge, da wussten wir nicht genau, wie viele Jahre später. Neun Jahre. Ja. Was noch interessant ist, für beide Episoden, die jetzt folgen, und was ganz klar ein Check of the Gun hier nochmal wieder ist, der berühmte Revolver, dass immer wieder erwähnt wird, dass die Mandalorianer doch nie ihren Hut abnehmen, ihre Rüstung abnehmen. Vor allen Dingen wird ja in der vierten Folge eher nochmal gefragt, ja, nimmst du den nie ab? Hast du den denn nie abgenommen? Dann nimmt er ihn auch ganz kurz ab, aber ich glaube, dass vor Ende der Staffel sehen wir auf jeden Fall nochmal sein Gesicht. Ja, und auch da muss man sagen, das wird nicht so ganz, oder sagen wir mal so, diese pauschale Aussage stimmt ja nicht, weil Clone Wars ist ja Canon und da nehmen die Mandalorianer durchaus ihren Helm ab. Es gibt diese Death Watch, das ist so ein ganz, ja, fanatischer, würde ich sagen, Mandalorianismus, ja, irgendwas mit Ismus-Clan, der also sehr traditionalistisch ist. Und die nehmen wohl den Helm wirklich nicht ab, aber alle anderen Mandalorianer, die nicht so krass drauf sind, die machen das durchaus. Also von daher kann man das so pauschal nicht sagen, da macht es die Serie, glaube ich, einfach mehr so ein bisschen so ein Mystery, wo es im Lore eigentlich gar keins gibt. Okay, Folge 4. Folge 4. Die wird übrigens, wurde Regie geführt von Bryce Howard, das ist die Tochter von Ron Howard. Die hat sich gedacht, ach, was soll ich mir denn eine eigene Story ausdenken? Ich kopiere einfach die glorreichen Sieben, die Sieben Samurai, drei Amigos, die rechte und die linke Hand des Teufels, you name it. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich die schwächste Folge, warum? Weil das halt jetzt einfach nur eine billige, rauchende Kolskopie in Space ist und, ja, Mexikaner kommen an und der Held soll helfen, das Dorf zu schützen. Kurze Trainingsmontage und, ja. Jetzt fällt mir gerade mal auf, der, echt, die Folge wurde von Bryce Dallas Howard Regie geführt. Ich wusste gar nicht, dass die Regie führt, also zuletzt hat man die ja in Jurassic World und so gesehen und Black Mirror war sie auch in der Folge dabei. Richtig, ja. Aber das war mir gar nicht bewusst, dass die auch durchaus ihrem Vater nacheifert. Ja, anscheinend schon. An der Regie lag es auch nicht, die Story war halt einfach schwach, langweilig und hatte, wie du gerade eben schon gesagt hast, einfach wirklich jetzt mit diesem Tracker einen riesen Hole und dann trifft er auf eine durchaus interessanten Character. Nämlich Cara Dune, die wird gespielt von Gina Carano, eine MMA-Fighterin ist es, glaube ich. Und die kennt man aus Deadpool und die sah ja wirklich aus wie aus einem Videospiel, oder? Das stimmt. Also das war, die sah wirklich aus wie so ein Game-Character. Naja gut, also auch, dass sie dann sagt, so der Planet ist zu klein für uns beide, ja, also Santa Fe. Aber das ist auch ein typisches Western-Klischof. Ja, natürlich, bei Santa Fe oder bei Tombstone mag das ja auch noch passen, ja, aber bei einem ganzen Planeten. Und ihm muss halt klar sein, dass er doch überall checkbar ist. Das heißt doch scheißegal, wo er hinrennt. Nein, er bringt sogar noch das Dorf in Gefahr. Also, äh. Ja, aber er soll ja das Dorf retten. Und das ist dann auch wieder das andere Western-Klischee, dass der einsame Held das Dorf rettet. Vor allem, was war es, ein AT-ST? Mhm, genau. Von dem dann die Cara Dune sagt, dass so ein AT-ST ganze Divisionen in Minuten auslöschen kann. Und da frage ich mich halt, was für ein AT-ST hat die gesehen? Weil die, die ich bisher kenne, werden von irgendwelchen Teddybären innerhalb von Minuten gekillt und nicht umgekehrt. Das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, ich finde es einen schönen Hinweis, weil letztendlich sind es ja Kriegsmaschinen. Und nichts anderes sollen die bisher gemacht haben in den ganzen Schlachten mit dem Imperium. Und da habe ich mich auch schon immer gefragt, ja gut, die E-Box besiegen die ja schon relativ flott dafür, dass die so gut ausgerüstet sind. Ich finde es eine schöne Anekdote, dass es hier mal erwähnt wird, dass es eigentlich sehr bedrohliche Maschinen sein sollen. Ja, was ich auf der anderen Seite auch wieder schön fand, dass sie nicht den kompletten Weg des Klischees gegangen sind. Weil ich hatte wirklich damit gerechnet, dass die Dorfbewohner dann sagen, da ist ein Drache im Wald und der spuckt Feuer. Ja, also ich fand es ja dadurch, es war leider ein bisschen zu offensichtlich für alle, die vielleicht ihr Star Wars nicht so kennen. Und da sind vielleicht einige Disney Plus Zuschauer dabei, die die Serie gucken, weil sie vielleicht Lust drauf haben. Aber wenn irgendein Laser von einer oberen Richtung geschossen wird, dann ist es entweder ein AT&T oder ein AT-ST oder irgendwas anderes Großes, was man schon mal in einem Star Wars Film gesehen hat. Deshalb das Mysterium für den Zuschauer war jetzt nicht so groß und ich habe mich am Anfang die ganze Zeit gefragt, wieso zeigen die das Ding nicht einfach direkt? Ja, vor allem, weil es per Sound schon angekündigt wurde. Und der Walker-Sound von einem AT-ST und auch von einem AT-ST, also wenn du Star Wars-Fan bist, kennst du diese Sounds. Ja. Und ich finde es schön, dass man sich der Sound-Library auch kräftig bedient, aber es war sofort klar, dass das ein AT-ST ist. Und ja, okay, ich war halt froh, weil sie, dass sie dann nicht so die Wille, die die Dörfler jetzt noch völlig verblödet gemacht haben. Aber gut, also für mich die Schwächste. Naja, sie waren ja nicht so, sie waren ja nicht so intelligent. Man hatte ja dann den einen toughen weiblichen Charakter, der dann natürlich auch direkt sich in den Mandalorian verknallt. Das ist auch wieder so ein typisches Klischee in der Richtung. Das fand ich etwas anstrengend zu gucken. Also so intelligent waren die Dorfbewohner dementsprechend auch nicht, weil man den Wildlingen ja Kämpfen beibringen muss. Ja, okay, aber die konnte ja wenigstens schießen, die eine. Und O'Meara hieß die. Die kennt man, war die in Supernatural? Irgendwo war die auch mal, ich komme ja gerade nicht drauf, aber die hat auch öfters mal irgendwo mitgeguckt, jetzt Arrow oder Supernatural, irgendwie sowas, weiß ich nicht genau. Kommt mir auch bekannt vor. Was halt ein bisschen auch ein bisschen komisch war, als dann Cara und der Mandalorianer gegen den ATSD kämpfen. Das hätte ich ein bisschen anders von der Regie halt oder von dem Storytelling gemacht. Er hat die tolle Rüstung und er bleibt in Deckung und sie hat keine Rüstung und sie rennt da nach vorne. Ähm, hm, fand ich jetzt komisch irgendwie. Da hätte ich mir dann eher gedacht, wenn man ihn ein bisschen abgewichster gemacht hätte, dass er sagt so, boah, ist die doof, soll die doch gehen, ich bleib mal schön hier in der Deckung. Weißt du, das war irgendwie, das war so Teamplay, aber wenn du Teamplay machst, sagst du, ey, du hast die geile Beskar-Rüstung, geh du mal nach vorne, weil ich hab gar keine. Weiß man, wie schwer so ein Ding ist? Also die Rüstung, dass er vielleicht nicht so gut rennen kann wie sie? Puh, na gut, beim Kämpfen, als die zwei sich gegenseitig verkloppen waren, haben sie ja einen Unentschieden gehabt. Also von daher, ich glaube, so schwer ist sie nicht, die hält halt viel aus. So schwer ist sie nicht. Ach, eine Sache sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, das wollte ich in der letzten Folge nochmal sagen. Es gibt nämlich noch eine schöne Anspielung, die jetzt auch wieder zu sehen war. Und jetzt weiß man endlich nämlich auch, was ein erhobener Finger von Darth Vader in Empire Strikes Back bedeutete, als er nämlich Boba Fett ins Gewissen redete, no disintegrations. Okay. Ja, weil die Waffe, die der Mandalorianer hat, die löst ja den Gegner auf, wenn er getroffen ist. Da bleibt ja nichts mehr von übrig. Und ich schätze mal, das ist einfach mal diesen Satz, für den ich mir als Kind ja nie irgendwas vorstellen konnte. Also das war so, ja, das sagt er auf Deutsch ja auch und keine Desintegration. Aha. Whatever it means, ja. Und schön, dass man da eigentlich jetzt so ein Ding draus gemacht hat, dass es also eine Waffe gibt, die halt so, ja, tödlich ist, dass halt leider auch nichts übrig bleibt, was man irgendwie als Bounty zurückgeben könnte. Was auch noch, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, wo es jetzt ein bisschen mehr Infos zu gibt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen dieser Technik, die die da einsetzen. Ähm, das mit den Hintergründen, da haben die doch ein Craft, Craft irgendwas. Matte Painting oder was? Matte Painting? Nee, nicht Matte Painting, sondern dies. Ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht scheiße. Ähm. Was meinst du, diese LED-Wände oder was meinst du? Ja, die LED-Wände, da haben die doch einen speziellen Namen für. Da habe ich die auch noch mal im... Ich weiß, du hast davon erzählt, aber den Namen, den weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Äh, fuck. Naja, dann nehme ich es in die nächste Episode mit auf, dann lasse ich es da sein. Dann schneide ich das raus. Ja. So. Eine Sache ist dir aufgefallen, dass am Ende die zu Baby Yoda He gesagt haben. Also es ist scheinbar schon ein R. Oh, ist mir nicht aufgefallen. Haben sie das? Ja? Okay. Ja, ja, die haben sich darüber unterhalten und haben über ihn geredet. Ah, okay. Stimmt. Also es ging dann eher so unbewusst an mir vorbei, aber wenn du das sagst, wird es wahrscheinlich schon stimmt. Und er hätte den Kleinen einfach auf den Planeten gelassen. Also der ist ja scheinbar überhaupt nicht interessiert daran zu wissen, was ist das für ein Ding und wieso kann der sowas? Und wieso wird der überhaupt gejagt? Und warum klaut er ihn dann, wenn er ihn dann doch wieder zurückgelassen hat, wo er doch wissen muss, dass er getrackt werden kann? Also ich glaube, da haben sie sich mit diesem Tracker ein etwas übermächtiges Device geschaffen, aus dem man jetzt schwer wieder rauskommt. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, es scheint nicht so zu sein, bisher zumindest nicht, und wir haben jetzt die Hälfte rum, dass es irgendwie eine Bildabrichtung Force Awakens oder so gibt. Scheint mir nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Äh, ja, glaube ich auch nicht. Aber da hatte ich ja schon vorher gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass da irgendwas kommt. Also von daher. Was ganz Schönes. Wir hätten gerne noch Giancarlo Esposito auf der Comic-Con getroffen, aber leider war er, hast du ihn gesehen wenigstens? Der müsst ihr uns ja in den nächsten Folgen beglücken. Ja, ich habe ihn ganz kurz gesehen. Ich bin ganz kurz bei ihm am Stand vorbeigegangen, aber da war schon recht viel los. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon einer, der schwer gefragt ist aktuell, aber ja, hätte ihn auch gerne gesprochen, aber deshalb bin ich etwas schadenfroh, dass es Sonntag nicht geklappt hat. Ja, ich hatte ihn auch nicht zum Interview, also von daher. Gut, aber mal gucken, ob er in der Folge 5 kommt. Ja, was bleibt festzuhalten? Es macht immer noch Spaß zu gucken, auch wenn das jetzt für mich die schwächste Episode von diesen Vieren war. Ich bin gespannt, wo sie mit Baby oder hinwollen. Ich würde mir aber wünschen, allerdings glaube ich, dass es nicht der Fall ist. Ich wollte sagen, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht jetzt mal so die ganz offensichtlichen Western-Klischees vielleicht mal weglässt. Scheint mal nicht zu tun, denn die nächste Folge, Folge 5, heißt The Gunslinger. Okay, es geht so weiter. Bin ich gespannt auf die Episode, die zu sehen, weil Gunslinger war ja auch der aus Dark Tower, der Typ. Und die Dark Tower-Reihe, die Bücher, die fand ich ganz, ganz grandios. Den Film jetzt leider wohl nicht so. Der Film ist katastrophal, das ist eine katastrophale Enttäuschung. Aber die Bücher, wenn jemand, das ist natürlich auch, das erste Buch ist sehr westernmäßig aufgestellt. Danach wird es ein bisschen, geht es mehr in Fantasy rein. Aber wer Western-Literatur auch mag, dem kann ich definitiv die Dark Tower-Reihe empfehlen. Weil die macht sehr, sehr viel Spaß und ist ein ziemliches Epos. Dann hast du mich jetzt mal neugierig gemacht, mir da mal ein Hörbuch zu besorgen, weil ich bin ja eine kategorische Hörbuchhörer. Mhm. Wenn euch das heute hier gefallen hat, unsere kleine Besprechung von The Mandalorian, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn dann versprechen wir euch, dass brandheiß aus dem Kinosaal ein spoilerfreies Review von Episode 9 kommen wird. Und bis dahin freuen wir uns über euer Feedback. Ich sage nochmal eben schnell die Kanäle. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at nerdizismus.de oder eben eine WhatsApp an die 015259647709. Und da freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback. Ihr dürft natürlich auch weiterhin auf nerdizismus.de kommentieren. So, das war's für heute. Michael, dir vielen Dank. Und dann sind wir mal gespannt. Also du bist gespannt, was ich spoilerfrei sage. Und ich bin gespannt, was du dann in unserem großen Jahresabschlusscast zu diesem Film sagst. Ich bin so gespannt, war ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich habe Angst, du nicht. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Aber ich habe nicht mehr so viel Angst, weil ich weiß, ich kann immer noch The Mandalorian weitergucken bei unseren holländischen Freunden. Und da macht es mir nicht so Angst, denn das macht Spaß. Ich bin ja gespannt auf deine Meinung. Vor allem, weil du ja beim Last Jedi dann so ein bisschen eine 180 Grad Kehrtwende später gemacht hast. Ja, der ist wirklich beim Wein, würde man sagen, der ist irgendwann umgekippt und Essig geworden. Schmeckte gut, als man die Flasche aufmachte. Aber je länger die Flasche im Keller war, wird leider nicht besser. So, in diesem Sinne, es ist spät geworden. Machen wir mal Feierabend. Und Michael, dir vielen Dank. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Cheers. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020